In seiner abendlichen Videoansprache verurteilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Angriffe am Donnerstag auf die zentralukrainische Stadt Vinizia mit über 20 Toten. Darunter ukrainischen Angaben zufolge auch Kinder. Zelensky sagte, diese grausame Tat sei ein weiterer Grund für die internationale Gemeinschaft, Russland, mit weiteren Sanktionen zu bestrafen. Darüber hinaus verlangte er, dass Russland international als Terrorstaat geächtet werden müsse. Er forderte zudem ein Kriegsverbrecher-Tribunal. Der Angriff erfolgte, nachdem Gespräche zwischen Moskau und Kiew über die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreidelieferungen am Donnerstag positiv verlaufen waren. Die Vereinten Nationen und die Europäische Union haben den russischen Raketenangriff auf die Stadt Vinizia mit mehr als 20 Toten verurteilt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach in Brüssel von einem Akt der Grausamkeit.